Ihr kleinen spitzszenigen Vampir-Fledermäuse, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Alles klar, wir sind jetzt hier immer noch im Red Salon unterwegs und wollen wahrscheinlich den Typen beseitigen. Also nehme ich mal stark an und das machen wir mit dem Dampfdruck. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ah ja, Druck ablassen, aber irgendwie ist da kein Druck auf den Rohren, seht ihr? Ist alles ganz niedrig. Und ja, hier steht noch einer. Hier habe ich gesehen, da ist ja diese Anzeige. Ach komm mal, da können wir jetzt gleich schon drehen oder was? Okay. Was mache ich jetzt hier gerade? Okay, warte, reicht das schon? Ich schätze mal, es muss alles auf Maximum, oder? Der Druck ist ja immer noch null, also muss wohl wirklich auf Maximum alles stehen. Warte mal, kann ich sonst noch was? Ich habe doch dieses, ich habe doch das Valve, oder? Ja, hier, ein Industrieventil, das man oft an Rohrleitungen findet. Aber wo soll ich das einsetzen, hä? Die Tür ist jetzt zu. Hier vielleicht. Ah. Ah, okay. Es ist auf jeden Fall schon mal Druck auf den Rohren. Und jetzt hier, warte mal. Gleicht das eventuell? Ach Mist. Okay, ich muss es also hier komplett überladen, das System. Äh, okay, was mache ich dann jetzt hier? Ich mag solche Rätsel nicht so gerne, muss ich sagen. Ja, es reicht halt wieder nicht, ne? Sollten wir vielleicht mal merken, was die Räder machen, oder so. So, jetzt haben wir das hier voll. Äh. Das bringt es auch wieder nicht. Warte mal, ich gucke mal. Das hier macht das erste zwei. Das zweite acht. Ja, das zweite acht. Und das letzte. Zwei, oder? Ne, warte mal. Das zweite ist jetzt auf. Okay, sechs. Also, zwei, sechs, zwei. Wird ich das richtig? Zwei, sechs, zwei. So, das zweite macht vier. Zwei, zwei. Oder? Ja, das geht auf vier. Und das dritte macht vier. Sechs. Und zwei. Ja, toll. Fast, aber es reicht wieder nicht ganz. Oh, ich hab's gelöst. Alles klar. Hat ja nur ein paar Minuten gedauert. So, zwei, drei Minütchen. Und jetzt aber. Was? Immer noch nicht genug? Aber ich hab mir das schon voll die Dröhnung verpasst. Oder muss ich das noch zu drehen jetzt hier? Nee. Warte, was? Wie soll ich das denn noch verstärken? Also, die Rohrleitungen sind definitiv alle auf Maximum. Das passt. Kann ich hier noch was machen? Hab ich schon rausgenommen. Ja, das geht's doch nicht. Komischer Töp hier. Soll ich dich noch aussaugen? Warte mal. Wird ja eh nicht mehr viel brauchen hier, schätze ich mal. Und dann hab ich, glaube ich, die nächste, ja, hab ich die nächste Stufe freigeschaltet. Dann komm, ich saug ihn mal aus. Hallo? Komm mit mir over there. Deine Augen. Of course. Of course. Okay, und dann gucke ich mich nochmal um, ob ich vielleicht das letzte Rohr noch finde, was ich öffnen muss. Meine animalischen Triebe wollen raus. Ah, geil. Köstlich. Lecker, 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 lecker. So, jetzt gucken wir mal. Kontrolliert die Jagd. Sehr schön. Jetzt haben wir das nämlich voll und das heißt 50% auf Jagdmarkierung. Also es läuft halt schneller voll der Balken, schätze ich mal, um den Gegner zu erledigen. Was man ja selbstverständlich nicht will, weil das hat ja mehr Nachteile als Vorteile leider. Das Töten. So, warte. Also hier kann ich nichts mehr machen. Summaweise. Da gibt's noch eine Rohrleitung. Ach, ist das hell. Ja, ist auch nichts, ne? Oder warte mal, doch vielleicht hinter dem... Ah, ich hab's doch gewusst. Yes. Okay, vielleicht reicht's ja jetzt, um den Typen zu verbrühen. Oh, da sieht's schon böse aus. Okay, das war ohne Wiederkehr, also war's richtig. Alter. Er hätte halt auch einen Schritt weiter vorne einfach wache halten können. Nur mal so. Und ich hätte auch einfach so gehen können mit der Uniform, aber ich wollte's so machen, das gibt bestimmt mehr Punkte. Ah, das ist so assi, aber so geil. Oh, ich wette, ja, du bist nicht hinter Barrel Underwoods Geheimnis gekommen und verdächtige Gegenstände übersehen, einer von elf. Ey, hundertprozentig, das geht mir so auf den Nerv, ne? Hundertprozentig, weil die Quest irgendwie buggy war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall minus 50 auf die nächsten Erfahrungskosten einer Erkundungsfähigkeit. Du bist entkommen, hast die Wache ausgeschaltet oder Wachen. Du hast dem eingesperrten Gefäß geholfen, du hast deine gesamten Erinnerungen zurückerlangt und verdächtige Gegenstände entfernt, zehn von elf. Oh, was ein Scheiß. Das regt mich auf. Ich bin doch so gerne so vollständig, ja. Ach man, was war sein Geheimnis? Das nervt mich jetzt ein bisschen. Ah. So, ich würde eigentlich gerne mit Gelap spielen, aber ich glaube, von der Reihenfolge ist ja MM früher, nee, warte doch, Gelap ist früher von der Zeit. Ja gut, da hat ein Gelap infiltriert die Basis auf Long Island getarnt als Leiche. Sein Auftrag ist entscheidend. Er muss den Bostoner Anführer der Leopoldsgesellschaft töten. Walter Stanford. Den alten Sack. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich habe, glaube ich, nicht sehr viel Erfahrungspunkte mit ihm gemacht letztes Mal. Oh doch, 140, ne? Ja, ich habe übrigens Beherrschung mit Präsenz verwechselt. Das, ja, das stimmt wohl. Mauer und das Verstands generiert einen Durst weniger. Aber ich habe halt nicht so viel, ne? Körperlich. 15, das ist ja nix. Schlussfolgern. Ah, kacke. Ob ich noch Weisheit? Ne, das ist schlecht. Geistig. Gesellschaftlich. Einschließlich, dann braucht 30. Das sind aber auch viele Punkte jedes Mal. Das ist halt immer doof, ne? Du weißt nie, was du wirklich brauchst und dann... kommt drauf geschissen. Long Island. 22 Uhr. Er ist aber keine gut getarnte Leiche, finde ich. Delson wasn't wrong. Now, how to find Stanford. Okay. Find der Walter Stanford. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir wohl nicht. Ei, 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 ei. Sie sehen ja wild aus, die Jungs. Was denn? There's something flashing under their skin. That's not very discreet. That's not very discreet. Okay. Oh, den hat's ganz schön zerrissen hier. Was haben wir denn da? Special Affairs Department. Im Kampf gefallene Agenten. Blaues Geschwader. Autopsie-Status zurückgestellt. Dringend. Jim Felton, Walter George, Axel Stevens, Bradley Phelps und Frank Vincenzo. Okay. Clearance Implant required. Digital Security. Clever. Okay. Clever, aber irgendwie auch Kacke für uns wahrscheinlich, oder? Hat auch ein Implantat. Haben die alle ein Implantat in der Hand? Und hier vielleicht noch so eine... Warte mal, die sind aber alle... Also fast alle sind voll. Aber es sind fast alle, aber viele sind voll. Einfach. Kann ich da irgendwas rausziehen, eventuell? Ja, ja. Mal so Interesse halber, geht das hier? Ja, hab jetzt keins gesehen. Ei, ei, ei. Oh, was ist das hier? Auch ein Implantat? Ein Implantat? Sie müssen das von einem Körpers genommen haben. Dieses Implantat könnte sich für... Ein blaues Implantat. So, so. Ein unter die Haut gesetztes Implantat, das bei Verwendung blau leuchtet. Ach, echt? Es scheint zum Sicherheitsprotokoll in der Basis zu gehören. Jetzt macht das blaue Licht. Es leuchtet blau. Ja, geil. Oh, das ist eine Akte. Operation Swansong. Sicherheitsüberprüfungsimplantate. Das Sicherheitsimplantat der SAD soll den Zugang zum Stützpunkt auf Long Island sicherer und organisierter machen. Bei Ankunft erhält jedes Mitglied der Organisation ein subkutanes Implantat an der rechten Hand, siehe Einsätzen eines Implantats. Dieses Implantat hat eine eindeutige Identifikationsnummer und eine Sicherheitsstufe, die ihrem Rang entspricht. Die Stufe kann entsprechend von Änderungen im Organigramm aktualisiert werden, siehe Aktualisieren eines Implantats. Die Implantate enthalten persönliche Daten über den Nutzer, Vor- und Nachname sowie Ankunftsdatum. Sie ermöglichen uns auch die Überwachung der Vitalfunktionen und des Echtzeitstandorts mithilfe eines GPS-Ortungssystems. Wenn das Implantat blinkt, bedeutet dies, dass es nicht funktioniert. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die technische Abteilung, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Ja, das ist unser Problem. Einsätzen eines Implantats. Legen Sie Ihren Unterarm in den dafür vorgesehenen Schlitz. Bewegen Sie sich nicht, während das Implantat eingesetzt wird. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Implantat aufhört zu blinken. Sobald das Implantat aufhört zu blinken, ist es betriebsbereit. Hinweis, sobald das Implantat unter die Haut eingesetzt wurde, wird es durch die im menschlichen Körper enthaltene elektrische Energie angetrieben. Sollte Ihr Implantat schnell blinken, bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Aha, nicht bewegen. Warten Sie ein paar Sekunden, bis es aufhört zu blinken. Ja gut, wir sind halt ein Vampir. Da funktioniert es vielleicht anders. Aktualisieren eines Implantats. Platzieren Sie das zu aktualisierende Implantat auf der rechten Halterung. Platzieren Sie das Implantat mit der zu duplizierenden Sicherheitsstufe auf der linken Halterung. Warten Sie ein paar Sekunden. Wenn die beiden Implantate in derselben Farbe blinken, ist die Aktualisierung abgeschlossen. Hinweis, die Implantate verwenden NFC-Chips und müssen im direkten Kontakt mit den Halterungen stehen. Ah gut, alles klar, das wissen wir jetzt. Nix. Oh Gott, diese Nadel, das weckt so Dead Space-Erinnerung. Verschiedene Implantatstadien. Blinken das Licht. Also erstens, das Implantat hat eine Fehlfunktion oder die Stromzufuhr ist gestört. Zweitens, durchgehendes Licht. Das Implantat kommuniziert mit einem anderen Gerät oder wurde gerade aktualisiert. Drittens, kein Licht. Das Implantat funktioniert fehlerfrei. Okay, das mache ich gleich. Ich gucke erst mal hier rein und hier rein. Da ist nichts. Okay. Ist ja auch so ein Ding. Warum liegt da eine Lunge? Sonst hat der nix, ne? Oh, der blinkt auch sehr deutlich. Das ist ein grüner Jedi. Und der hat x Beine. Mit deinem Gehirn und den Oberschenkelknochen. Oh, der wurde auch ganz schön leergesaugt, so wie es aussieht. Das ist nicht sehr diskrecht. Das ist nicht sehr diskrecht. Kann ich jetzt, ne? Das ist nicht sehr diskrecht. Ah. Ja, gut. Wo ein Skalpell rum oder so, dass ich das rausschneiden kann bei einem? Das ist nicht sehr diskrecht. Das ist ein grünes, aber ich brauche ein blaues, wahrscheinlich. Ansonsten muss ich mir das wohl erstmal einsetzen lassen, das Implantat. Wie abfällig er das sagt. Das ist nicht sehr diskrecht. Oh, blau. Okay, wir gucken mal, was steht hier. Ach so, ja. Das ist doch so, dann. Hm. Ich habe nie eine Maschine gesehen, wie das. Hm. Sieht sehr gut aus. Da freue ich mich da drauf. Einsetzen des Implantats nicht möglich. Implantat in das Fach legen. Will ich das nicht updaten hier jetzt? Ein Schlot für was ein kleines Karten sein würde. Es ist eine perfekte Finde. Perfekt fit. Ey, soll ich mir das jetzt echt einpflanzen lassen? Geht das? Ja. Bereit zum Einsetzen des Implantats. Ach nee, ich weiß nicht. Äh. Ich will eigentlich nicht. Die können mich ja dann auch tracken, ne? Per GPS und so weiter. Komm, dann mache ich es halt. Da. Ich habe ein Implantat. Aber es blinken. Was? Auf blaues Implantat aktualisieren? Habe ich doch. Das habe ich doch schon. Ein blaues. Cool. Was mache ich jetzt? Kann ich jetzt irgendwie doch eins rausschneiden? Habe ich denn jetzt ein anderes ran? Mensch. Ah. Clearance Implantat required. That doesn't work on corpses. I can fix that. Was? Blüte? They don't know everything about us yet. Okay, was? Sofern er nicht absichtlich in ein Stadium besetzt wird, das dem Leben ähnelt, ist der Körper eines Vampirs funktional tot. Der Untot macht sich durch bleiche oder fahle Haut, kaltes Fleisch und das Fehlen von Atem, außer um zu sprechen. Und Herzschlag bemerkbar. Ein Vampir kann das Blut durch die toten Kapillargefäße seiner Haut und in sein vertrocknetes Herz fließen lassen, um eine Nacht lang wie ein Mensch zu wirken, in dem er Herzschlag, Körpertemperatur und Atem nachahmt. Der Vampir kann sogar einer flüchtigen medizinischen Untersuchung standhalten, obwohl er ein intensiver Check-Up ergibt, dass wesentliche Elemente wie zum Beispiel eine Darmflora fehlen. Ey, er hat echt jetzt eine gute Hautfarbe und hat auch die ganzen, also diese krassen Schatten verloren an seinem Auge. Gut zu wissen. Kann ich mir jetzt trotzdem noch ein anderes holen? Ich wette, ich muss das Grüne rausschneiden und dann kann ich das hier irgendwie noch aktualisieren, ne? Ja, blaues Implantat aktualisieren. Egal, wir haben es erst mal. Jetzt kann ich mich hier umsehen. Ich feiere das Spiel so sehr. Ist so cool jedes Mal. Ah. Ja klar, es ist ja auch geheim wahrscheinlich, ist es... Es geht hier um Polio-Vaccine-Shots. Okay. Okay. Dacht's mir. Dachte es mir schon. Hey! Wer bist du? Du solltest nicht auf diesem Boden sein. Identifiziere dich sofort oder ich kenne Sicherheit. Okay. Ihr den Verdacht ausräumen oder sie töten. Ich räume mir den Verdacht aus. Er hat echt eine supergute Hautfarbe jetzt. Komm, gib's mir. Erfolg. Die Leopolds-Gesellschaft ist ein verdeckt agierender militärischer Arm des Vatikans, der seit dem Mittelalter jagt auf das Übernatürliche macht. Für die Gesellschaft ist die zweite Inquisition nichts weiter als die Inquisition, die sie schon im 13. Jahrhundert ins Leben gerufen haben. Die Leopolds-Gesellschaft ist international tätig und arbeitet mit der Referenz jahrhundertelanger dokumentierter Tätigkeit für andere Agenturen in Beratungs- und Spezialistenfunktionen. Without a red implant, you can't do anything around here anymore. And I don't think your colleagues appreciate being kept in the dark. Before they came here and changed everything, it was actually pretty simple. Okay. What do you mean? Ja, super. Ah, ich brauche ihre Hilfe. Oh je, ich brauche aber ganz schön, ich habe es eilig. Nee, ich habe, ja, ich hoffe, das reicht. Komm, mache ich eins mehr. Na klar, kein Thema, war ich doch. Oh, ich fand sie nett. Dr. Kim hat mir sehr geholfen. 4, 2, 3 war der Code. In 1870 Long Island was a hospital for chronically ill patients. What do they use it for now? Ah, Polio, ne? Haben wir ja erfahren. Das ist immer so befriedigend, wenn man, wenn man eine Fähigkeit hat, die man nutzen kann, um herauszufinden, was Geheimnisse sich hier hinter verbirgt. Oh. Ey, ganz ehrlich, das hatte ich, habe ich vorher schon gesehen im OP-Zimmer hier, so ein Skalpell, ne? Auf den beim Sitz hier Besteck. bei den Instrumenten. Als wäre das jetzt plötzlich das einzige Skalpell hier am Laden. Uh, und safe. Ja, Technologie habe ich halt nichts. Ist auch egal, braucht man nicht wirklich, finde ich. Ich wünschte, es gäbe irgendwas, dass man die einfach nochmal neu skillen kann, alles. Was hast du gesagt? 9.3.2019 Wie immer nichts zu berichten, habe einen hohen Offizier vorbeigehen sehen, nichts Besonderes. Ein paar Anzugträger sind wegen Implantatsproblemen zu mir gekommen. Ich habe ihnen gesagt, die sollen sich am Safe bedienen. Sie wollen nicht, ernsthaft, was ist ihr Problem? Richte ich nicht auf, sie glauben, sie hätten eine höhere Berufung. Sie sind zu allen schrecklich, habe eine große Ausrüstungsbestellung erhalten. Eingelagert und Inventur gemacht. Ein Wissenschaftler von der Leopoldsgesellschaft kam und fragte mich, ob wir Handschuhe hätten. Alles ist ruhig, wie immer. Ich habe draußen ein Geräusch gehört, es war der Wind. Ich glaube, werde ich langsam paranoid. Großes Kommen und Gehen in der Leichenhalle. Ist etwas passiert? Jede Menge Leute kommen in die Leichenhalle. Niemand antwortet auf meine Fragen. Kim P. Achso, das ist der Safe, von dem sie erzählt hat. 4, 2, 3. Yeah. Oh nein. Das ist doch langweilig. Ein grünes Implantat. Das ist jetzt Rang höher wahrscheinlich, ne? Ein unter die Haut gesetztes Implantat, das bei Verwendung grün leuchtet. Das scheint zum Sicherheitsprotokoll in der Basis zu gehören. Und ich werde mir trotzdem noch eins rausschneiden. La la la. Weil das macht Spaß, weil das macht Spaß. Aufschlitzen. Aufschlitzen. Für die Farbenblinden. Ach man. Ich nehme doch so gerne so viele Sachen mit und schneide Leute auf. So, dann. Auf grünes Implantat. Ah, sehr gut. Das war jetzt einfacher, als ich gedacht hätte. Super. So, können wir jetzt mit diesem Apparat hier interagieren? Ich mag sie. Gut, dass ich sie nicht getötet oder dass ich sie nicht töten musste, sagen wir es mal so. Hä? Oh nein. Hoffentlich war das jetzt nicht so ein Ding ohne Wiederkehr. Ich wollte mich oben noch umsehen. Alter. Alter Schwede. Ey, hoffentlich kann ich nochmal hoch, ne? Jetzt muss ich leider das Kapitel neu starten. Jaha. So, jetzt versuche ich das nochmal hier und gucke mich noch kurz um und dann gehen wir mit dem Aufzug nach unten. Ist das kacke? Moment, ist hier gar nichts mehr, aber ich will trotzdem mal nachsehen. Vielleicht finde ich hier noch ein paar Kleinigkeiten. Auch wenn es noch eine neue Info ist, die er raushaut. Oh, guck mal da. Ja, hier liegt einfach so ein Tremertrank rum, als wäre es nix, ne? Hunger minus zwei. Sehr gut. Da wollen wir mal sehen. Die machen uns alles aber auch sehr, sehr einfach hier, muss man sagen. Ich meine, wir können es nicht mal unsichtbar machen, aber wir haben hier so eine leichte Infiltration, kannst du ja nicht ausdenken. Das ist ein hässliches Bild, das wird mich total verstören. Na gut, jetzt fahre ich aber runter. Seht ihr, alleine schon wegen dem Trank hat es sich gelohnt, finde ich ja. Und da ich, glaube ich, einen Punkt mehr übrig habe als eben. Ja, krass, ne? Auf jeden Fall, ich bin jetzt echt gespannt, was dabei rauskommt. Ob wir ihn wirklich töten können, weil Leysha hat es ja schon nicht geschafft. Ich bleibe bei Leysha übrigens. Habe ich mich jetzt so dran gewöhnt und ihr wahrscheinlich auch an den Namen. Mama. Er soll sofort die Waffe senken, oder das wird er bereuen. Ist beides eigentlich egal. Was? Überzeugen, auf ihn bewegen, Stanford wird davon hören. Ne, ich mach das hier. Oh nein. Komm, lass mich gewinnen, bitte. Nein, Alter, was ist mit dem los? Ich habe wichtige Informationen, die zu passen. Es ist urgent. Ja, jetzt habe ich meine ganzen Punkte aufgebraucht. Soldat, jede Minute, die wir hier verbrauchen, ist eine Minute, die unsere Begriffe haben gewonnen. Habe das richtige Ding. Leben sind auf dem Stake. Shit. Scan dein Implant. Die sind wahrscheinlich extra darauf geschult worden, Vampir-Disziplinen zu widerstehen. Die klafft da. Okay. Unfreundlich sind sie auch noch. Krass. Also was können die geheim halten? Guck mal diese Tür hier an, meine Güte. Ah. Aha, da blinkt auf jeden Fall was. Okay, ich lese das erst mal. Was machen wir denn hier? Betreff Änderungen im Organigramm. Nach der Ankunft unserer Freunde von der Leopolds-Gesellschaft haben wir die Karten der verschiedenen Ebenen aktualisiert. Wir freuen uns, Chiara Favarone begrüßen zu dürfen, die für die Klinik zuständig sein wird. Joseph Money leitet die Schutzabteilung. L. Gallagher wird für die Lohre verantwortlich sein. Bitte konsultieren Sie sie, um sich mit den für die einzelnen Abteilungen zuständigen Personen vertraut zu machen. Alle Abteilungsleiter haben eine Freigabe der Stufe Rot erhalten, die höher ist als die bisherigen. Bitte behandeln Sie sie mit dem größtmöglichen Respekt. Captain Lyons. Wir müssen mal mit. So, Ankunft der Leopolds-Gesellschaft. Hm, das scheint es aus dem letzten Jahr. Ich mag, es arbeiten am Abend. Es ist quieter. Du meinst? Ich will Vampire. Geht halt echt voll alt aus, diese Anlage. Jetzt, ich könnte hochgucken, aber ich kann es nicht. Ich kann die Kamera nicht hochdrehen. Aha, da ist noch eine Freigabe. So, ein Handabdruck. Ja, viel gibt es hier leider nicht gerade. Kollege, darf ich mal? Ich kann halt leider nichts machen gerade. Den Monitor hier. Ah, da ist die Karte. Ja, Mitglieder der Leopolds-Gesellschaft. Chiara Favarone, Klinikleitung. Joseph Mene, Verwaltung der Schatzabteilung. Und L. Gallagher, Leitung der Lohe. Ah ja, wir sind gerade im Central Hub. Da ist das... Da ist die Klinik. Da ist die Schatzkammer. Und the Pyre. Ja, und wir sind im Hexagon. Wie krass können wir alles erkunden. Das wäre natürlich wieder mal... ...super geil. Ja, was mache ich jetzt? Komm ich jetzt hier weiter, wenn die Kerle da die Tür nicht aufkriegen? Ja, cool. Kann ich mal probieren. Es wird in einem Moment öffnen. Ich hoffe. Das ist das Problem mit Sicherheitsdörtern aus der Stöhne. Wir gehen halt nicht da weg. Beziehungsweise kann ich einfach nichts machen. Kann ich mit dem Aufzug noch woanders hinfahren? Ja, ey. Schreibe ich nicht so an. Was? In the butt. Ich kann auch nicht mehr zurück. Hä? Leute, was soll ich denn machen, bitte? Ich verstehe gerade nicht, was meine Aufgabe hier ist. Es funktioniert ja nichts. Oh, die Sicht aus. Vielleicht sehe ich dann ja mehr. Das ist eigentlich Quatsch, aber... Das sollte funktionieren. Aha. Ah, jetzt... Nee. Das hat er gerade gesagt, ohne dass ich ihn angesprochen habe. Everyone's in a hurry here. Not me. If something needs to be repaired, fill out a form and send it in. Once I fixed it, I am off to bed. Tja. Ist doch irgendwas faul. Oh. Is that it? Da ist ja auch noch... Nee. Hab ich da schon untersucht, den Monitor. Das sieht aus dem letzten Jahrzehund. Ja. Ich komme auch vor wie bei Star Trek. Aber die Originalserie. Hä? Jetzt geht's da... Leute, irgendwas... Entweder habe ich irgendwas übersehen, oder das Spiel will nicht so ganz... Da habe ich schon, danke. Geht's doch gar nicht. Ich muss auf jeden Fall hier durch die Tür kommen. Der Barrel Room. Bestimmt die Red Barrels. Das ist das Problem mit Sicherheitsdörtern aus der Stoen-Age. Ich will das mal angucken. Es wird auch nicht aufdrücken, die Tür. Wäre auch lustig, wenn das ginge. Nee, Leute, tut mir echt leid. Ich muss hier dann erstmal ein Päuschen machen, weil... Es geht halt nicht weiter. Das ist aber spinnig. Da liegt noch was. Ein Stift. Naja, gut. Wie gesagt, vielleicht... Aktualisiere ich mal das Spiel und es passiert irgendwas Neues. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Bock drauf, was so passiert hier in Swansong. Lass mir ein bisschen Liebe da mit Likes und Kommentaren. Und wir sehen uns bald schon wieder. Zu Vampire the Masquerade. Danke, tschüss.